Musik Herzlich willkommen bei den Black Line News. Gestern Abend wurde der Waffenkonvoi der Firma Apex Weapon Industry überfallen. Die Täter waren Mitglieder einer kriminellen Bande namens Ballers. Wir konnten den schrecklichen Überfall mit modernster Technik festhalten. Schauen Sie sich die Bilder an. Am Abend des 4. April 2024 erfolgte der regelmäßige Waffentransport an das Polizeidepartement. Die Mitarbeiter von Apex Weapon Industries wurden wie immer von der Polizei eskortiert. Die Routen der regelmäßigen Transporte sind streng geheim und nur wenigen bekannt. Leider gab es diesmal eine undichte Stelle. Schwer bewaffnete Gangster positionierten sich an den richtigen Stellen und schlugen hart und ohne Gnade zu. Dabei wurden Beamte des Polizeidepartement und Mitarbeiter von Apex Weapon Industries verletzt. Die Gangster waren sehr gut organisiert und nutzten schweres Gerät, um den Transport zu stellen. Musik Während sie die Ware umluden, suchte die Polizei weiter nach den Schwerverbrechern. Nach einer kurzen Zeit konnten sie die Täter ausfindig machen, was zu einer wilden Verfolgungsjagd mit Schusswechseln durch die ganze Stadt führte. Musik Die Täter konnten im Stadtpark festgenommen werden. Musik Sie saßen ihre Strafe im Staatsgefängnis ab. Musik Das waren schreckliche Zehn. Doch die Täter konnten glücklicherweise gefasst werden. Musik 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 Das war unsere erste Ausgabe der Black Line News. Mein Name ist Tom Bradley. Auf Wiedersehen. Musik Musik